hallo und herzlich willkommen liebe leute ich mache zurzeit wirklich das worauf ich am meisten bock habe und momentan also jetzt gerade habe ich eine nachrichte gesehen über minecraft education habe ich gerade zum ersten mal gesehen ich habe schon mal gehört dass minecraft in schulen angewendet werden sowas habe ich schon mal gehört und jetzt habe ich ja gerade eben von minecraft education gehört und es gab schon vor ein paar monaten wurde es released so als versuch als testversion und da haben es auch schon 50.000 lehrer und schüler quasi haben daran erste erfahrungen schon gemacht mit minecraft education und ja jetzt neulich haben sie erst die vollversion rausgebracht also jetzt geht es richtig los also minecraft education ist quasi minecraft fürs klassenzimmer also ich glaube ich das erst ein bisschen und dann sage ich so meine pro und kontras ja mein kurs für das klassenzimmer es steht in 50 ländern in elf sprachen zur verfügung ja education würde im jahr pro nutzer fünf dollar kosten ja und für große institutionen ist es natürlich billiger also wenn es eine große schule oder einfach eine schule halt das ist schon eine große institution eigentlich education halt kauft mit 100 lizenzen oder sowas das halt 100 leute an dem rechner spielen können also an 100 rechner 100 personen halt spielen können dann wird es natürlich billiger und education ist zurzeit für windows 10 und mac os veröffentlicht ja ein teil von minecraft education ist auch eine classroom mode getaufte companion app mit der lehrer die einstellungen der minecraft map verändern mit schülern kommunizieren ihnen gegenstände zu kommen lassen oder sie an bestimmte stellen im spiel teleportieren können und zudem zeigt die karte quasi die welt wo gerade alle teilnehmenden schüler halt zu sehen sind und per chat tritt dann der lehrer quasi mit den kindern in kontakt das ist mal genug mit den fakten kommen wir mal zu der frage warum eigentlich minecraft also es wurde jetzt schon öfter diskutiert dass minecraft eigentlich echt potenzial hat und kindern was beizubringen um es auch als schulfach zu benutzen aber warum minecraft minecraft ist ein spiel in dem man komplett seiner kreativität freien lauf lassen kann man kann wirklich alles bauen mit comment blogs und allem kann man heutzutage wirklich alles in minecraft bauen es gibt nichts was man nicht tun kann das ist schon mal ein mega fetter pluspunkt dann natürlich auch noch dass das minecraft einfach es hat zwar keine story was eigentlich auch gut ist weil man seine kreativität freien lauf lassen kann dadurch kann alles bauen wie gesagt und es ist auch gibt auch kein fsk oder so also es spritzt kein blut man kann sich nicht wirklich heftig erschrecken also außer jetzt vom creeper vielleicht aber ansonsten gibt es nichts brutales was irgendwie kinder was kindern schaden könnte oder kinder ein trauma einjagen könnte also auch ein guter pluspunkt und minecraft macht außerdem kindern mega viel spaß und da sehen die lehrer das potenzial weil wenn kinder durch minecraft was lernen dann haben sie spaß am lernen und somit außerhalb von minecraft werden sie dann auch spaß am lernen also das ist so die denkweise von den lehrern so ein bisschen ob das jetzt funktioniert oder nicht weiß man noch nicht so ganz also so richtig ja durch gestartet ist es jetzt auch noch nicht glaube ich weiß gar nicht wie da der stand der dinge ist mit minecraft in klassenzimmern und ich weiß auch gar nicht wie das sein wird also vielleicht wirst du so eine stunde geben sowas wie eine stunde sport halt spielen die kinder mal eine stunde minecraft nebenbei und ja also wir können uns hier mal die zeit ein bisschen anschauen wenn wir die zeit haben jetzt ein youtube video und ja hier zum beispiel tour guides immersive also das ist echt eine gut gestaltete seite muss ich immer anmerken dann gibt es da viel ja dann gibt es hier solche welten hier steht zum beispiel elf bis 13 also für elf bis dreizehnjährige gibt es diese welt hier die basic geometry concepts of area and perimeter perimeter genau also man muss hier quasi bestimmte geometrien bauen in dieser welt und irgendwelche berechnungen noch aufstellen das klingt schon mal interessant und das ist quasi eine neue minecraft version eine neue minecraft edition es ist nicht minecraft 1.10 oder so was einfach und das hier sind so komische welten sondern es ist hier wirklich so schilder drin wir hier sehen können in diesem bild der er grave okay das ist die sprache kann ich nicht lesen aber ja mojang machte extra so welten durch oder mit denen die schüler dann was lernen können und hier sehen wir zum beispiel auch math and economics also matte und ökonomische sachen economics heißt die ökonomisch oder ach egal auf jeden fall lernt man hier mathe zum beispiel in dieser welt und hier unten steht auch noch students will learn about different aspects of fractions also es ist wirklich alles dabei alles mögliche kann man hier lernen class resources ihren starter kit zum beispiel hier steht 11 bis 13 und 8 bis 10 jährige könnte spielen oder für die zielgruppe ist es halt geeignet ja hier sind wir jetzt auch 5 bis 10 jahre alte 11 bis 13 jahre alte und 14 jährige und älter was ich noch ganz cool fand ist dass lehrer die sich nicht mit minecraft auskennen aber minecraft quasi als schulfach haben die können sich quasi über diese website oder minecraft education also die setzen sich dafür ein dass lehrer sich damit mit erfahrenen minecraft dann quasi also vielleicht auch mit developern von minecraft sich in verbindung damit setzen können und dann halt über minecraft das lernen können mit die lehrer halt den schülern was lernen können quasi oder sich hat auch auskennen wie gesagt die welten werden eigentlich hier von den developern gemacht denke jetzt mal was kann ich ob da leute wildfremde leute halt auch welt machen können also ich denke mal eher nicht aber hier habe ich jetzt zum beispiel was gefunden und zwar bin ich da auf community gegangen und dann connect with others habe ich hier katja borigard gefunden und das ist quasi eine lehrerin hier steht jetzt sie unterrichtet die vierte und sechste klasse und zwar matte und geschichte in dänemark halt schon seit acht jahre acht jahren ja und sie benutzt hier quasi minecraft schon seit märz diesen jahres sie liebt das spiel selbst und sieht doch wie ihre schüler quasi alle verschiedenen aspekte einfach von dem spiel lernen wollen aha und anscheinend ist dann war hier lessons by katja steht das level oder diese welt hier von ihr quasi gebaut worden von lehrerin also lehrer machen quasi die lebens dann oder mit unter lehrer also nicht nur lehrer sondern auch andere als es gibt hier events community events feature events da gibt es halt an welten wo die kinder ja mal können sie was bauen also es sind wirklich alle möglichen aspekte werden mit minecraft oder sollen mit minecraft education gedeckt werden also der kreative aspekt der künstlerische aspekt der mathematische aspekte deutsch also der sprach das aspekt hier gibt es auch was lernt zu play minecraft stage von hier in dieser welt wird einem gezeigt wie minecraft gespielt wird quasi welcome to my education das tutorial will teach you controls crafting in an open world to continue you can your journey begin by pressing we to move forward es wird von anfang an wird einem da erklärt sich und diese charaktere die da mit drin sind hier steht auch immer skills zusammenarbeit kommunikation und kritisches denken wird hier gefordert ein blog gibt hier was so wo die neuesten abtisten alles bekannt gegeben werden naja das hier ist quasi so eine map wo die ganzen spieler gezeigt werden die hat dann quasi die lehrer dass jeder vorsicht die spieler aufhalten kann vielleicht auch die bildschirme von den spielern übernehmen also und hier ist der chat wo der lehrer dann damit mit den spielern interagieren kann scheinbar die hotbar sind wir mal zwölf slots alles klar ok hier haben wir was ok da sehen wir freunde sind die hier online ok das verstehe ich jetzt nicht ganz dann haben wir hier kamera und ein fotoalbum also man kann die kamera aufstellen und ein foto schießen und dann quasi ein fotoalbum hinzufügen hier townguide sieht ein bisschen anders aus als unsere villager das sind quasi charaktere die einem was lernen wie ihr hier seht und dann haben wir hier tafeln das sind tafeln und man kann mit kreide auf den draufschreiben auf die draufschreiben jetzt verstehe ich das passt natürlich gut zur schule macht sinn ist wirklich unglaublich hier lernt man zum beispiel über die wissenschaft was hier lernt man was über die geschichte und hier lernt man was über die geografie also was man ja alles lernen kann ist wirklich unglaublich hier stehen noch so viele sagen also ich denke mal die haben echt einen guten job gemacht an minecraft education ob das jetzt wirklich funktioniert wird sich noch herausstellen ich muss sagen ja weiß noch nicht was ich davon halten soll muss man sehen was es mit den kindern macht aber ich habe das schon mal im fernsehen was gesehen also kinder haben da richtig viel spaß dran wenn sie an computern so spiele spielen können wobei sie auch einfach richtig viel spaß haben an minecraft und minecraft ist halt nicht nur für kinder es ist auch für alte oma es ist kann auch eine 99 jährige oma minecraft spielen als wirklich für jede zielgruppe das ist einfach das gute an minecraft und ich weiß gar nicht was ist was ich jetzt hier zu kritisieren habe eigentlich wenn ich ehrlich bin also nicht wirklich was zu kritisieren aber ja ich weiß auch nicht ob das gut ist wenn kinder jetzt den ganzen schultag vom pc hängen ist schon also das wird sie wohl jetzt so wird sie wohl doch nicht sein ich schämme es halt so vor dass kinder halt obwohl es in zukunft trotzdem irgendwann so sein wird dass kinder einfach in die schule gehen und dann da ein tablet haben laptop und da halt dann den ganzen schultag darauf verbringen Ja, ich stelle mir das halt so vor wie gesagt dass man da jetzt eine stunde so was wie sport sein tablet raus holt und da dann eine stunde minecraft spielt mit seinen kollegen und da halt was bauen was baut was lehren mathematikaufgaben macht geometrische körper baut und sowas für die kleinen kinder halt die was einfaches lernen sollen und ja das war's dann soweit das war mein beitrag zu minecraft education edition wenn euch das video gefallen hat haben wir wieder ein bisschen was anderes dann lasst gerne einen daumen hoch da würde mich echt freuen nicht vergessen daumen hoch sind immer sehr sehr angesehen da würde ich mich immer richtig drüber freuen macht's gut lasst gerne kommentare und und haut rein